Freunde, wir haben es endlich in die Abtei St. Kortuna geschafft, durch den Geheimgang in der Bibliothek. Hier sieht es sehr schön aus. Gucken wir uns um. Der heilige Michael bezwingt den Drachen. Ein schöner Vorname, finde ich. All diese Bücher sind interessant. Aber nichts, was mir weiterhelfen könnte. Dieses Fenster wurde wohl eilig mit Brettern verbarrikadiert. Sieht so aus, ein Korb. Das finden wir dort. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Ein Tuch ist immer nützlich. Können wir die Kette auch nehmen? Nee. Verdammt, die Tür ist zugefallen. Ja, sieht so aus, ne? Hier ist noch irgendwie so ein Gesicht. Jemand muss vor kurzem an diesem Tisch gewesen sein. Die Schublade ist verschlossen. Dann knacken wir sie. Haben wir doch schon mal gemacht. Zack. Abgeschlossen. Gut, wir knacken sie nicht mit dem Skalpell. Vielleicht knacken wir sie mit der Pfeilspitze. Abgeschlossen. Gut, wir knacken sie nicht mit der Pfeilspitze. Den heiligen Michael, den nehmen wir uns mit. Das könnte nützlich sein. Oder seinen Speer. Und mit dem knacken wir die Schublade. Oder auch nicht. Ja. Was haben wir da? Dieses Schloss ist ziemlich komplex. Aber mit ein wenig Nachdenken sollte ich es aufbekommen. Ja, diesen Satz haben wir ja schon öfter gehört. Aha. Ah ja. Okay. Ich muss wahrscheinlich einfach nur alle Positionen hier besetzen. Was in meiner jetzigen Situation schon nicht mehr funktionieren kann. Okay. Alles klar. Versuchen wir es nach einem System. Und zwar das ganz einfache System immer der Reihe nach. Dieses System wird scheitern. Gut. Versuchen wir immer jeden zweiten. Dann immer in den linken. Den kann ich jetzt... Den kann ich nicht mehr besetzen. Okay. Ganz ruhig bleiben. Das dürfte doch irgendwie zu lösen sein. Diesen hier. Wenn ich von hier kann ich jetzt den und den aktivieren. Von hier kann ich den aktivieren und den kann ich schon nicht mehr aktivieren. Also das heißt ich darf... Ja, ja. Okay. 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 So. Jetzt aktiviere ich den. Wenn ich den hier aktiviere, dann ist das schlecht. Deswegen aktiviere ich mal... Geh mal weg. Ach du Scheiße. So. So. Hier kann ich jetzt noch einen. Den kann ich noch aktivieren. Und den kann ich noch aktivieren. Den. Und... Den. Okay. Den. Der macht diese beiden. Diese hier könnte ich sonst nur von dort. Das geht nicht mehr. Gut. Diesen hier kann ich von dort und 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 von dort. Diesen hier kann ich jetzt nur noch von hier aus besetzen. Und diesen hier kann ich auch nur noch von hier aus besetzen. Das ist schlecht gelaufen. Boah ist das tricky. Ich muss einfach immer aufpassen, dass ich jeden noch besetzen kann. So. Den kann ich noch von hier und den kann ich noch von... Genau. So. Und so. Kann ich den noch aktivieren? Den kann ich jetzt nicht mehr aktivieren. Okay. Fuck. Von hier kann ich auch keinen mehr und von hier kann ich keinen mehr und von hier kann ich keinen mehr. Ach du Scheiße. Einfach Trial and Error mal so ein bisschen rummachen. Den kann ich nicht mehr aktivieren. Ach du Scheiße. Gibt es hier ein Muster? Immer ein Abstand. Ein Abstand. Zwei wechseln. Ein Abstand. Zwei wechseln. Ein Abstand. Zwei wechseln. Scheiße. Hier machen wir ein Abstand. Geradeaus. Okay. Zwei wechseln. Geradeaus. Zwei wechseln. Geradeaus. Zwei wechseln. Geradeaus. Zwei wechseln. Scheiße. So geht es nicht. Okay. Versuchen wir das nächste Muster. Eins, zwei, drei, vier wechseln. Geradeaus. Wo habe ich angefangen? Vier wechseln und geradeaus. Eins, zwei, drei, vier wechseln. Geradeaus geht nicht. Gehen wir hier runter. Eins, zwei, drei, vier wechseln. Hier hoch. Eins, zwei, drei, vier wechseln. Scheiße. Ich bin etwas ratlos. Es bleiben immer drei übrig. Ich möchte mich erstmal umschauen und ein bisschen drüber nachdenken. Moment. Ich kann ihn unmöglich mit bloßen Händen entfernen. Ich kann bestimmt noch ein paar andere Sachen machen, bevor ich jetzt hier stundenlang... Vorsicht! Was habe ich jetzt dafür bekommen? Zwecklos. Nein. Was ist das für ein Zeug? Zwecklos. Okay. Irgendwas habe ich da rauslaufen lassen. Da ist, glaube ich, nichts Interessantes. Wow. Ein Stock. Ein alter Besenstiel. Immer noch verwendbar. Das ist gut. Was mache ich mit dem Zeug? Das macht er nicht, ne? Zwecklos. Was habe ich denn da überhaupt jetzt rausfließen lassen? Schnaps. Das ist Schnaps. Zwecklos. Vielleicht brauche ich es später noch. Iiii. Tote Schweine. Ei, ei, ei. Iiii. Ratten. Haut ab, ihr Gesindel. Das Gepäck eines Studenten. Der arme Mann muss Baker sein, den Herzog Orlowski erwähnte. Der arme Kerl. Oh, ich sehe es ja gerade erst. Ah, wie fürchterlich. Ui. Ui, ui. Fiesen Latten. Nein, das kann ich nicht tun. Vielleicht. Skalpell. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nein, das kann ich nicht tun. Ich baue mir eine Lattenabwehrfackel. Nein, das kann ich nicht tun. Nicht mit Schnaps? Dann einfach so. Und den Schnaps anzünden jetzt vielleicht? Zwecklos. Okay, zwecklos. Dann benutzen wir die Fackel auf die Latten einfach so. Weg mit euch. Hint fort. Und hier. Stecken wir die brennende Fackel zurück in die Hosentasche. Was haben wir da? Weihwasser. Der arme Baker hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vielleicht war sein Opfer gerade deswegen nicht vergebens. Möge er entfliehen nun. Der arme Baker. Zwecklos. Zwecklos. Eine Mönchskutte. Diese Mönchskutte ist zwar dreckig, aber ansonsten in einem guten Zustand. Mit ihr bleibe ich unbemerkt. Zumindest von Weitem. Cool. Wir haben ein neues Outfit. Und Nackerfüße. Das ist mal was Neues. Und wir haben eine brennende Fackel unter der Kutte. Zwecklos. Gut, ich fürchte, um dieses Schloss öffnen zu können, werden wir dieses Minispielchen vorne lösen müssen. Ob ich das jetzt einfach mal gucke, dass ich das mit gut Glück hinkriege? Dieses Schloss ist ziemlich komplex. Nachzudenken und dabei zu reden. Aber wir denken nicht nach. Ja genau. Nachzudenken und dabei zu reden ist einfach auch wirklich schwer. Finde ich. So, es gibt immer einen, der gerade wegläuft. Und einen, der schräg wegläuft. Kann ich jetzt jeden einzelnen noch aktivieren? Ja. Den dort oben kann ich nur noch von hier einschalten. Den dort kann ich nur noch von hier einschalten und den kann ich nur von hier einschalten. Dann mache ich doch so. So und so. Und habe jetzt nur noch zwei offen, die ich verkackt habe. Okay. Schauen wir es uns an, wenn wir es nochmal versuchen. So. Den hier kann ich noch von zwei Seiten. Den auch. Den auch. Den kann ich nur noch von einer und den kann ich nur noch von einer Seite. Und zwar den hier von dort und den hier von dort. So. Jetzt habe ich den, der die beiden aktivieren kann. Und den, der nur noch von dieser Seite. Ne, der kann auch noch von da. Der hier kann von da und von da. Der hier kann von da und von da. Und der hier kann nur noch von da. Da, okay, so. Und der kann jetzt nur noch von da aktiviert werden. Und fuck. Und fuck. seite nehme ich von dort stück für stück so den kann ich nur noch von einer seite und zwar von dort blödsinn falsch gedacht so noch mal der hier hat nur noch dieses als aktivierungsmöglichkeit aktivieren so der hier kann nur noch von dort aktiviert werden ich habe falsch umgedacht die ganze zeit so der hier kann noch von beiden seiten aktiviert werden der hier kann nur noch von dort aktiviert werden der kann noch von beiden seiten und der kann nur noch von dort aktiviert werden der noch von da und der auch nur von da habe ich jetzt den denkfehler was kann der hier der kann noch den aktivieren der kann nur noch den aktivieren und der hier kann nur von dort aktiviert werden muss denn am ende nicht immer einer übrig bleiben offen ah wunderbar ein schlüssel wo der wohl hineinpasst ich weiß es und den heiligen graal ein goldener kelch ich kenne ihn wieder es handelt sich um den teuflischen kelch von tergovich dem symbol der schreckensherrschaft von vlad tepes der später zu kraft dracula wurde diesen kelch kennen wir liebe freunde aus dracula 3 das ist der kelch der auf dem dorfplatz stand und dracula hat das gebot erlassen dass niemand ihn berühren sollte und aus angst hat kein mensches je gewagt diesen kelch anzufassen und was ich hinter dieser tür verbirgt freunde das finden wir raus in der nächsten folge let's play dracula origin bis dahin macht's gut